Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Künstlerin kurz vorstellen, bitte. Die vielzeitige Wieslocher Künstlerin Ulrike Grimm ist nicht nur Malerin, sondern zeigt Ihnen heute auch eine Robot-Performance mit dem Titel Mensch, Maschine. Frei nach Motiven aus Fritz Langs Stumpf-Filmmeisterwerk Metropolis. Die Fremdbestimmung des Menschen durch die Computerwelt, künstliche Intelligenz und auch der Dämon Mensch und Maschine sind hier in imposanten Bildern und Bewegungen umgesetzt. Die Musik ist übrigens von der Kult-Band Kraftwerk. Wir danken auch Esmeralda Deike, ich klicke uns auf, bitte. Denn die Esmeralda hat dieses wunderbare, kunstvolle Bodypainting mit Airbrush gemacht und wir danken auch dem Entertainer Werner Deiss, hier oben steht er, für das Licht und für die Musik und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei der Performance von Ulrike Grimm. Fang an. Jetzt? Eins, zwei, drei. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind noch alles programmiert und was zu wissen ausgeführt Wir sind die Roboter Wir sind die Roboter Wir sind die Roboter Wir sind die Roboter Wir funktionieren automatisch Wir sind die Roboter 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 Vielen Dank. Danke Esmeralda Deike für das tolle Bodypending und Ulrike Krim für die wirklich außergewöhnliche Performance. Danke. Vielen Dank.